Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu MindFaction. Mit dabei ist die Fußmatte und wir gehen auf den Server, ich starte den Timer, wie immer alles dasselbe. Final Countdown Fussel, du hast uns was mitgebracht. Ach du Scheiße. Und zwar ein Thema. Ja, jetzt muss ich erstmal kurz, aber mobiles Telefon und dies nochmal bei mir gucken. Okay, ich habe übrigens für alle, die es interessiert, ein neues Texture Pack gemacht, reingepackt und zwar... Oh mein Gott, habe ich mich einfach mitten auf dem Weg ausgelockt. Boah, was ist das denn für ein geiler Mo... Der Himmel ist richtig geil. Ja, aber was ist das da? Jetzt habe ich ja noch eine ge... Warum ist das jetzt so abge... Achso, das liegt an der Renderdistanze, das machen wir mal. Oh, Renderdistanze, du machst grad alles kaputt. Hoppala. So. Ähm, wollen wir schliefen, schlafen wir machen? Können wir machen. Äh, ich komme zu dir. Jaja. Mich einfach seit der ersten... Alter, Jürgen, das habe ich letztens vorgemacht, ja toll. Ja toll, ich kann nicht schlafen und du Held. Du Scheiße. Nein, nicht mich auch anzünden, sonst geht das auch noch länger. Jetzt kann ich schlafen, Mann. Ähm, oh nein, ich bin nicht auf YouTube angemeldet, auf meinem Handy. Ja, und? Oh nein. Ja, jetzt muss ich mich so suchen. Warum suchst du dich überhaupt? Achso, das kommt da. Auf dem Handy geht das nicht. Ja. So. So, was machst du denn? Äh, den Keller will ich weiter sortieren. Ah, okay. Das will ich mal sehen, weil ich war noch nicht in dem Keller. Ich habe es nur von oben betrachtet, sozusagen. Ja, das sind nur so gewisse Sachen mit. Hä? Oh, die verbinden sich ja gar nicht zu viert. Das ist halt gay. Ja, das habe ich auch ein bisschen schade gefunden. Ach komm, wir nehmen einfach alles mit. Hörgauf. Siets, muss so weiter essen, Staff 2. Ja, Staff 2 ist einfach, weil ich nicht genug habe für... Also, Staff, äh, Siets ist einfach alles, was, äh, pflanzlich ist. Also, da kann, da sind halt auch so Sachen drin. Ich habe den Seeds genannt. Bist du damit unzufrieden? Ach so, guck mal, da klopft es. Das heißt, äh, das ist schon mehr oder weniger auf Vorhersage gewesen, dass es eventuell bei ihr klopfen könnte. Das muss man hierbei entschuldigen. Ich werde einfach darüber labern und wir werden so tun, als würde das gar nicht passieren gerade. Machen wir hier unten nur Blöcke rein und ich werde oben dann gecraftete Sachen machen. Aus Holz machen, also Sticks, das Zeug. Hallöchen! Mein Computer geht nicht, er piepst so komisch. Meint ihr Computer piepsen? Meistens dann, wenn sie nicht funktionieren. Könnte man ja mal erklären. Also Leute, wenn eure Computer piepsen, dann sind die meistens kaputt. Oder macht eure... nein, ich sag's nicht. Ähm, KP können wir ändern. Ich sehe nämlich gerade was. Glas. Glas. Ne, wir machen es so... wir haben nie so viel Glas, deswegen noch mehr. Hier... Oh, wie machen wir das? Ah doch, das funktioniert. Glas. Sand. So. Ja, klar. Und ja. Wieso war ich? Ich... Oh. Ich... Ich... Sandkiste. Siegdorf, Erze, Werkzeug, Möbel. Erde, haben wir dabei. Da oben. Ach, deswegen habe ich das mal im Winter, sagt ich doch. Was hast denn du? Ähm. Ich habe ganz viele komische Sachen immer mal einen Tag gehabt. Da musste ich einsehen, ja, ja, ich habe ja die Kiste bei uns im Lagerhaus sortiert, wo eigentlich Essen drin sein sollte. Und da war es selbst nichts drin, deswegen habe ich selbst nichts dabei. Gut. Hier machen wir das so, Werkzeuge. Sorry. Äh. Fussel. Ja. Ach ja, ach ja, oh. Entschuldigung. Jetzt war ich voll irritiert. Hoppala. Ähm. Du kannst ja mal erzählen, warum du mit YouTube angefangen hast. Das kann dir dann der Leid auch erzählen. Das kann ich auch machen, ja. Das kannst du ja auch machen. Also das ist das Kommentar, sollte man vielleicht dazu erwähnen, bevor jetzt hier alle verwirrt sind, was du da laberst. Das ist das Kommentar, was wir bekommen haben. Zu der Frage, ob wir uns nicht mal Themenvorschläge geben könntet. Ja. Ähm. Genau. Haben wir dieses Kommentar bekommen. Genau, aber da gab es noch eine Ergänzung. Von wem hat es eigentlich? Keine Ahnung. Also nicht, dass ich keine Ahnung davon habe, wie er heißt, aber er heißt keine Ahnung. Ich weiß schon, aber es ist einfach, es kam sehr schmunter an. Ich kann es ja auch reinblenden im Video, wenn ich die zuvor bin, es reinzuschneiden. Oh Gott, ja, das muss ich ja jetzt dann fast auch machen, oder? Ähm. Ja, diesmal weiter vor, sorry. Ich bin ein schlimmer Mensch. Was ist mit die Fußmatte auf sich hat und wie du Leid kennengelernt hast? Das sind die Fragen. Ich will nicht erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, das ist eine peinliche Geschichte. Ja, definitiv peinlich. Ähm, fang du an. Du hast das Kommentar ja auch bekommen. Warum ich mit YouTube angefangen habe? Ja. Ja, also. Fangen wir an. Damals als kleines Kind war ich klein. Und ein Kind. Nein, also Schwarz. Ähm. Es fing alles an mit einem großen Knall. Den Urknall. Ähm. Ja, also ich habe angefangen mit YouTube. Erstens. Ich habe früher mal, das habe ich ja schon mal erzählt, hatte ich früher mal einen kleinen Kanal, als ich ganz klein war. Ja, ja. Und da habe ich schon voll gerne Videos so gemacht. Aber das war nicht dieses Anziehende, sondern eher, dass man so coole Leute kennenlernt. Und vor allem Leute, die wirklich interessiert am Gaming sind. Und das ist in meiner Umgebung sehr rar. Ich hatte nie jemanden zum Spielen. Haha. Sad Story. Haha. Sad Story auf mein Live. Und eigentlich wollte ich erst mal so anfangen und merken, ob mir das Spaß macht. Und eigentlich muss ich einsehen, das macht mir keinen Spaß. Das macht mir Spaß. Und ja. Also es gibt ja jetzt keinen Hauptgrund, von wegen ich wurde als Kind vergewaltigt und fühle mich jetzt einsam und muss mich im Internet auslassen. Also es ist einfach nur, weil tatsächlich die sozialen Kontakte zu Gaming-Welt sozusagen fehlten. Und weil ein Kollege mal angefangen hat zum Let's Plan, den ich auch kennengelernt habe über einen Minecraft-Server und das fand ich schon richtig faszinierend. Und ja. Und du? Äh, ich habe tatsächlich angefangen, ich habe ja früher schon einen Kanal gehabt, 4LightCanFly. Und den hatte ich damals angefangen, weil ich einfach, ich wollte, glaube ich einfach das gleiche mal machen. Ich fand das faszinierend, ich habe das gerne geguckt. Ähm, und dann habe ich gedacht, ach jo, mach mal, ähm, probieren wir es doch einfach selber mal aus, machen wir mal selbst so einen kleinen Kanal, damals noch mit einem Kumpel zusammen und let's playen. Ich meine, was die können, können wir ja auch, haben wir uns gesagt. Hat gesagt getan, haben wir den Kanal einfach gemacht aus Jux und Tollerei, einfach um es auszuprobieren. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Es war wirklich sehr, ähm, war wirklich cool. Leider hat mein Kumpel relativ schnell die Lust dann verloren. Äh, für den Kanal, weil hochladen so lang ging und keine Kommentare und so, das typische. Und dann war halt lange Totenstille und ich habe irgendwann, äh, den guten XD Kum Hose gefunden, weil ich Kerbel Space Room durch einen Kumpel entdeckt habe, was ich ein total tolles Spiel fand. Und hab dann angefangen, Kerbel Space Room halt, äh, selber zu spielen. Hab gesagt, der macht das so cool in den Videos, aber er macht voll oft Fehler. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann es ja irgendwie zum Teil auch. Eigentlich konnte ich es nicht, aber ich habe gedacht, ich könnte es. Und hab dann gesagt, ach komm, dann machst du es doch einfach so. Machst du einen Kanal, zeigst vielleicht Leuten, wie du es machst, versuchst so ein bisschen mit Tutorials da weiterzukommen. Und vor allen Dingen, ähm, war auch so ein bisschen der Gedanke, vielleicht kommst du dann ein bisschen, äh, hier auch mal auf diese Personen zu. Also ich habe dann so gedacht, es wäre, für mich war das immer total cool, wenn ich, ähm, was war da rein, äh, wenn ich mit, mit die YouTuber mal in Kontakt kommen könnte, weil ich das einfach total begeistert fand, ähm, weil die für mich was besonderes waren. Und dann habe ich gesagt, wenn du selber einer bist, dann hättest du ja für dich die Chance. Tatsächlich ist es heute so, dass ich den guten XD-Kum-Hose, dass ich den guten XD-Kum-Hose im Skype habe, wie wir auch schon öfters geschrieben haben. Ähm, also Plan geklappt, könnte man so sagen. Aber, äh, ja, in der Zwischenzeit ist es halt einfach so eine Leidenschaft geworden, dass du da gar nicht mehr aufhören kannst. Also wenn du, ich glaube, wenn du einmal angefangen hast und du entwickelst wirklich diese Leidenschaft über zwei Jahre hinweg, dann hörst du damit so schnell nicht mehr auf. Das würde mir richtig im Herz wehtun, mir würde was fehlen in meinem Leben, wenn ich aufhören würde, YouTube zu machen. Ja. Das wäre für mich total schlimm. Das wäre wirklich, also da würde ich, glaube ich, echt so eine Krise verfallen oder so. Da hätte ich echt Probleme mit. Ich wüsste nicht, ob ich damit Probleme habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja erst jetzt angefangen und es macht sehr Spaß. Ähm, aber wenn ich sagen müsste, ich müsste aufhören, weil ich keine Zeit mehr habe, wäre das vielleicht im ersten Moment schlimm. Und im zweiten Moment müsste ich dann Prioritäten setzen. Im dritten Moment würde mir das vielleicht fehlen, wenn ich aufhören würde. Ja, klar, würde man eben... Jetzt sehe ich aber auch kein Ende erstmal. Ich sehe auch kein Ende. Sagen wir es so, wenn man wirklich mal sagt, es muss sein, es geht nicht mehr anders, man muss beenden. Ja, aber erstens, wie gesagt, mit schweren Herzen und wie gesagt, ich wüsste, dass ich das sehr schnell, sehr heftig vermissen würde. Und es wäre einfach so, ich komme halt abends heim, das erste, was ich mache. Ich gucke halt auf meinem YouTube-Kanal erstmal nach, ob es was Neues gibt, kommentaremäßig und alles. Dann, ähm, gucke ich, ob ich genug Videos habe, versuche die freizuschalten, mache Thumbnails. Es gibt viele Sachen, die einen auch manchmal nerven. Aber, ähm, im Regelfall ist es dann trotzdem so, dass der überwiegende Teil, ähm, man meistens so da sitzt und sich einfach freut über Kommentare, sich freut über, ähm, über alles mögliche. Also es gibt so viele schöne Sachen bei YouTube und das würde mir halt fehlen, wenn ich dann zurückkomme. Und ich wüsste, ich hätte das alles nicht mehr, ich hätte keine neuen Kommentare mehr. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen über irgendwelche Videos, auch wenn das echt zeitfressend manchmal ist. Es würde mir fehlen. Ja, vor allem, weil man sich ja dann so einen Tagesablauf entwickelt und ich hatte für zum Beispiel überhaupt keinen Tagesablauf. Ich kam nach Hause und dann habe ich irgendeinen Scheiß gemacht. Ich gehe nicht in irgendeinen Verein oder so, leider. Also, ne, aber, ähm, aber dieser, dieses, dieses, ähm, dieser Rhythmus dir fehlt leider so sehr. Ja. Ja, und da hat's mir bei ihr geklopft. Äh, ich schätze, es ist gemutet. Pusse? Okay. Ähm, ja, dann mache ich kurz wieder weiter. Ah, bist du wieder da? Ja. Okay, dann mal was zu weiterhören. Okay. Sorry, dass das so eine Sortierfolge ist, aber dafür haben wir ja ein recht interessantes Thema. Ähm, ja, wie gesagt, es würde halt einfach was fehlen, wenn man keine, ähm, das nicht mehr machen würde. Mir zumindest. Ähm, und wie gesagt, man, man steckt da auch sehr viel Herzblut rein. Also, man glaubt das vielleicht so gar nicht als Zuschauer. Sieht man, glaube ich, oft, was ich nicht verübeln kann, weil ich das auch so gesehen habe früher. Ähm, da hinten sind Steine. Sieht man oft so YouTube als, ich zocke, nehm das ein bisschen auf und lad das da auf YouTube hoch. Das ist alles. In Wirklichkeit ist halt YouTube viel, viel mehr. Und, ähm, deswegen sind auch viele YouTuber oft gefrustet von Hater-Kommentaren, wo andere denken, jo, chill doch mal. Es ist doch nur ein Kommentar, irgendein Depp, der wieder seine Meinung im Internet posauen zu müssen. Aber als YouTuber sieht man das ein bisschen anders, weil man einfach, äh, viel mehr Leidenschaft in die Videos steckt. Viel mehr Zeit. Also, ein, den Kanal, den ich jetzt führe, der kostet mich so viel Freizeit. Kacke. Ähm, was mach ich da? Äh, der kostet mich so viel Zeit, dass ich gar keine Zeit hätte. Also, ich könnte, könnte gar nicht mehr inzwischen in irgendeinen Verein gehen oder in irgendeine, irgendwas anderes, was so, was man, in Anführungszeichen, als normal betrachten würde. Ähm, also, etwas, was halt viele Menschen machen in meinem Alter, irgendwie Fußballvereine und so. Dafür hätte ich gar keine Zeit, dann müsste ich mit YouTube wiederum aufhören, weil das einfach zu viel Zeit kosten würde. Beste Audiospur ever, ja. Sorry. Nö, nö, ist alles gut. Äh, ja. Tut mir leid. Tut mir elid. Also, hast du noch eine andere Frage schon beantwortet, oder? Ne, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen weiter darüber philosophiert, wie es mir fehlen würde, wenn ich aufhören würde mit YouTube und wie viel Leidenschaft man so als YouTuber reinsteckt. Deswegen einem als YouTuber-Hater-Kommentare, glaube ich, schwerer fallen als normalen Zuschauern und sowas. Das war so mein, ja. Mein Ansatz, wo ich gerade aufhört habe. Äh, ich weiß, was du meinst. Äh, erzähl weiter. Ne, das wäre eigentlich so meine, meine Erklärung gewesen, warum ich mit YouTube angefangen habe. Okay. Äh. Und, wie ich auf den Namen, ja, genau, Fußmutter gekommen bin, werde ich jetzt nicht sagen. Äh, einfach so. Aber das Leid, der gerne wüsste würde, aber das sacke ich jetzt einfach nicht. Ja, aber wisst ihr was? Die hat es mir schon versprochen. Ja. Die wird es nicht erzählen, wenn sie tausend Abonnenten hat. Also. Das ist sehr unrealistisch und unwahrscheinlich. Deswegen. Alle Zuschauer rüber zu ihr abonnieren. Lass ich dich nochmal alleine. Lass mich nochmal alleine. Ja, wunderbar. Okay. Ja, Fussel hat mir das damals versprochen, dass wenn sie tausend Abonnenten hat. Ähm. Ich glaube, sie hat nie daran geglaubt, dass sie das haben könnte, allerdings. Also, ich sehe das nicht als unwahrscheinlich. Ich hoffe es sehr, dass sie, ähm, das erreichen wird. Und, wie gesagt, ihr könnt ihr auch helfen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr ihren Link. Einfach mal vorbeigehen. Sie macht sehr gute Vegan Adventure Videos. Da bin ich immer sehr, sehr freudig, vorfreudig drauf, wenn sie die hochlädt. Ähm. Und du Fackel weg. Und da eine hin. Sieben. Oh, perfekt. Hier kann ich kein Vieh spawnen. Und ich habe sortiert. Und ich habe wieder Ordnung im Inventar. Jetzt fühle ich mich viel wohler gleich. Weil ich einfach wieder Ordnung habe. Und das neue Texture Pack macht auch einiges dazu. Das sieht nämlich so gut aus. Boah. Finde ich das cool. Ist das cool? What the fuck? Okay. Es sieht ein bisschen aus wie auf Drogen, dieses Texture Pack. Aber es ist cool. Ich mag das. Ach. Ach. Haben wir es dann mal geschafft, ne? Ja, nee. Die kriegen einfach auch keinen Laptop an. Das ist schlimm mit meiner Familie. Oh ja. Das kenne ich. So. Und die letzte Frage wäre. Ja. Aber du kannst mal erzählen, wie du auf den Namenlad gekommen bist. Das könnten wir ja erstmal auch sagen. Schon wieder? Das ist jetzt bestimmt... Du hast es schon in einem Video erklärt. In einem Video? Ich glaube, wie lang Zeit Abonnenten. Wie Level Up und so könnte die Geschichte bald auswendig. Ja. Aber meine zum Beispiel nicht. Okay. Kurz Kurzfassung. Früher ein Mädchen total toll gefunden. Hieß Lydia. Namen fand ich hammergeil. Äh. Aus Lydia war dann... Das Problem war, ich brauchte einen neuen Gaming Tag. Weil mein Gaming Tag ein bisschen missbraucht wurde. Sagen wir es mal so. Ähm. Und deswegen habe ich nach neuen Namen gesucht. Da ich Lydia irgendwie immer so... Klang für mich mystisch. Und ich finde zu Gaming Tags passen so ein bisschen mystischere Namen. Also manche waren ja so Techn-Namen mäßig. Und manche haben was... Komische. Oder manche ganz komische wie Fusse. Ähm. Da habe ich gedacht. Komm, ich will so einen, der so ein bisschen komisch... Der so ein bisschen, ne? Der so ein bisschen magischer klingt. Und da habe ich gesagt. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Und raus kam dann, ähm... Dass ich mit dem Namen Lydia erstmal versucht habe, aus Lydia die männliche Version von Lydia zu finden. Die es nicht gibt. Also ich habe sie nicht gefunden. Ich weiß nicht, was eine männliche Version von Lydia wäre. Habe aber währenddessen die ganze Zeit im Kopf mit diesem Namen rumgespielt. Bis irgendwann ich einfach die Buchstaben gedreht habe. Und da L Y komisch aussah, habe ich halt daraus ein L I gemacht. Und dann war das schon ein Lied. Fast schon. Darf ich dich mal unterbrechen? Wo läufst du? Äh, zum Friedhof. Ich will dann mein Grabschirm hinbringen. Hast du vielleicht was zu essen? Coming soon Friedhof. Warte ich mich kurz noch zu Tyco. Ich habe das zu essen einfach weggepackt. Wie so ein Depp. Wie so ein Depp. Ja. Ich habe heute in der Folge keine großen Ziele gesetzt. Ihr werdet sehen, was jetzt da passiert. Ähm. Oh. Leid, darf ich das nicht sehen. Das ist undercover. Ah. Ach du Scheiße. Ich werde sterben. Ah, ich hasse Atlas. Ich hasse Atlas. Warum habe ich... Nein, das war nicht Atlas. Das war Tyco. Das hat er doch gesagt. Oh. Kann ich dir helfen irgendwie? Penner. Ne, ich bau die jetzt einfach alle ab. Ich trau mich da nicht weiter. Ich komm hier nicht mehr raus. Ah, guck mal. Wenn man shiftet, dann sieht man es. Ja Tyco, dein Fall ist ja sehr gut. Hallo. Hi. Ich habe keine Blöcke zum Hochbauen. Warte. Ich auch nicht. Oh, okay. Warte kurz. Tell me more. Zum Glück ist es nicht gefährlich, weil es altvoll Nacht ist und so. Komm gleich zu dir. Ach du Scheiße. Jetzt wollte ich den trollen. Und dann sehe ich hier sowas. Mann. Ja, Leute. Ich bin jetzt gefangen. Beste Folge ever. Hey, sie war immerhin informativ. Ja. Ach so. Und die letzte. Jetzt habe ich mir gerade was aufgebaut. Aber danke. Du warst wieder dran. Und die letzte Frage war, wie wir uns kennengelernt haben. Ach. Ach. Das ist nicht dein Ernst. Geh. Ach. 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 Fussel. Du bist halt dabei gewesen. Wir haben sie angenommen. Sie wollte in den Stadtrot. Und dann sind wir in den Stadtrot und plötzlich ging die ganze Zeit mit uns rum. Ne. Aber gut. Und ja. Jetzt ist sie dabei. Und ich bin sehr froh und würde ähm. Ja, ich würde einige Folgen doch alleine glaube ich machen, wenn du nicht da wärst. Ja, ja. Das sagt jetzt um zu schleimen, Leute. Ja, ja. Das ist sowieso. Ich habe es voll nötig bei dir zu schleimen. Ja. Weiß man ja. Ähm. Mein Manni. Genau. Was wollte ich machen? Äh. Äh. Aller Baum. Ich glaube, was ihr gesehen habt, meine frusseligen Freunde. Ich weiß nicht. Hugachaka. Hugachaka. Oh. Hier ist noch ein Baumstamm. Der sieht so richtig zahlungsvoll aus. Ich finde mein Keller ehrlich gesagt richtig schön. Ich finde den richtig hässlich. Aber gut. Ich weiß es. Mies einfach. Ja, ja. So. So, so, so. Ich bin grad ein bisschen am zweifeln. Am zweifeln. Achso. Ja. Fussel ist natürlich, ähm. Übrigens zum Thema nochmal kennengelernt. Hängt halt auch die ganze Zeit bei uns rum. Im TeamSpeak. Ich wäre eigentlich nie wieder mehr auf den TeamSpeak gekommen. Muss ich ehrlich sagen. Also bis auf für das Projekt. Aber dann hat mich Taiko nochmal angeschrieben und hat gesagt, willst du nicht mal auf den TS kommen oder so? Dann bin ich nochmal gekommen. Weil ich hatte als erstes voll Angst. Ähm. Von Taiko, bei dem mir so serious vorkam. True Story. Seine Bewährungsgespräche meinst du? Ja, ja. Und das, das hab ich voll ernst. Also das war auch für mich voll ernst. Also das kam mir so ernst, so serious über, drüber. Und dann, ähm, ja, wollte ich eigentlich immer wiederkommen. Weil ich hier so ein bisschen Angst hatte. Und wollte ich mich, ich bin ja auch nicht so ein Typ, der so, ich bin ein bisschen schüchtern, müsst ihr wissen. Insgeheim. Was machst du? Das ist interessant, ne? Die meisten YouTubers sind schüchtern. Ja, also bei sowas. Also wenn man neue Leute kennenlernt und Taktik kennt. Ja, ja, aber das ist doch eigentlich interessant, weil man ja eigentlich die ganze Zeit mit neuen Leuten redet. Okay, ich teile keine Sachen mehr. Ich geh zurück in die Ding. Ups. Ja, jedenfalls. Deswegen wollte ich eigentlich wiederkommen. Aber da hat er mich nochmal angeschrieben. Dieser nette Typ und dann, ja, bin ich nochmal gekommen. Der nette Kerl da. Und dann bin ich tatsächlich fast jeden Tag da gewesen. Ja, da waren sie echt viel da und da haben wir uns halt auch gut verstanden und dann haben wir uns unterhalten. Und mit Disconnect. So. Und ich denke Fussel ist auch in Zukunft wieder dabei bei anderen Videos und vielleicht auch in anderen Projekten. Nie. Alter, nie wieder mehr. Okay. Wir sehen uns das nächste Mal. Mein Name ist Light over and out. Und tschüss.